So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Development Briefing und zwar ist das Development Briefing 135 draußen, das Armored Overhaul, das heißt die haben das ganze Overhaul der Panzer überarbeitet. Da ist sehr 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 viel zum tragen gekommen, was wir vorher so nicht erwartet hätten bzw. was ich so nicht erwartet hätte und es sind auch noch einige Überraschungen mit in diesem Development Briefing mit drin, zum Beispiel wurden andere Panzer angekündigt und es wurden auch schon andere Panzer gezeigt, im Spiel zum Beispiel. Gut, fangen wir einfach mal an. Das erste ist so ein bisschen, hallo liebe Community, la la la, wir gehen auf eure Vorschläge ein. Nett, danke. Gut, haben sie auch gemacht, haben sie gut gemacht, finde ich super. Gebt einen Daumen hoch dafür. Jo, dann gehen sie weiter auf die einzelnen Fakts ein, zum Beispiel sie haben das komplette Armored Rework balanced und haben da nochmal drüber geguckt, um das ganze ein bisschen balancer fürs allgemeine Gameplay zu machen, um die Fahrzeuge ein bisschen besser anzupassen, weil der amerikanische Jumbo, der war im Verhältnis zum deutschen Tiger immer einen Tick zu stark, jetzt ist es so mit dem KV-1, den man da reingebracht hat bzw. dem IS-1 ist das glaube ich, der ist auch einen Tick zu stark. T-34 ist dann wiederum mega der Schrottpanzer, aber gut, dazu später mehr. Die haben ein bisschen was an den Models überarbeitet, dann haben sie anschließend noch ein bisschen was überarbeitet im Bereich der Ammo-Quantity, dazu gehe ich später noch genauer drauf ein. Dann haben sie viel gemacht bei den Vehikelkosten und auch sehr viel gemacht bei den Sound-Effekten und visuellen Effekten. Das sieht jetzt alles geil aus und das klingt jetzt alles auch richtig geil. Außerdem haben sie, und das ist jetzt für die gesamte Infanterie wichtig und für die Panzerfahrer, den Attela nicht mehr erlaubt, dass sie während des Sprints nachladen können. Das heißt, wenn der Attela jetzt sprintet, dann kann er seine Panzerfaust nicht nachladen. Der muss stehen bleiben dazu, damit er seine Panzerfaust nachladen kann. Das heißt, er braucht wieder mehr Zeit. Er kann nicht einfach los, sprinten, nachladen, wieder rauskommen, schießen. Das geht jetzt nicht mehr. Der muss erstmal wieder in Deckung gehen. Und sie haben auch noch ein bisschen an den Hitboxen der Panzern rumgearbeitet und an den Damage-Werten. Das bedeutet, der Amerikaner, wenn ich das jetzt richtig im Blick gehabt habe, gestern im PTE, hat auf dem deutschen Tiger drei Schuss in den Arsch gebraucht. Und nicht wie üblich zwei. Also drei Schuss in den Hintern, statt zwei Schuss in den Hintern. Der Deutsche hat nach wie vor nur zwei Schuss gebraucht. Ja, irgendwie logisch. Der hat ja auch nur zwei Schüsse dabei. Aber der Armee, der hat drei Schüsse gebraucht und der hat insgesamt vier mit dabei. Also könnte der Armee unter Umständen dann noch so ein Medium-Tank oder ein Light-Tank mit rausnehmen. Okay. Ja, die haben die Armor überarbeitet und das Ganze dann aufgeleint. Und ja, haben die Panzerfaust ein bisschen miteinander verglichen und haben sich das Ganze angesehen. Okay. So, dann wollten sie es ein bisschen mehr dem Real-Life anpassen. Ja, haben sie geschafft. Ähm, damit die Panzer auch ein bisschen taktischer eingesetzt werden können. Die wollten viel auf die Taktik der Panzer eingehen. Die haben viel mit den Panzern gearbeitet, um die Heavy-Tanks tatsächlich wertvoller zu machen und seltener zu machen. Und das haben sie in diesem Update beim letzten PTE auch geschafft. Das hat sich sehr, ähm, die schnellen Panzer haben sich auch sehr schnell, das Spiel hat sich sehr schnell angefühlt. Und wenn so ein schwerer Panzer aufs Feld gekommen ist, dann wurde das Spiel auch automatisch ein bisschen langsamer. Weil der hat das Ganze so ein bisschen gebremst in die eine oder andere Richtung. War sehr, sehr interessant. So, kommen wir zum ersten großen Hauptpunkt. Und zwar sind das die Armor-Hitboxen. Und dazu haben sie hier so einen hübschen T-34 hingestellt. Der T-34, ähm, ist Schrott. Gut, haben sie auch immer als Beispiel genommen für Schrott. Aber gut, gehen wir da einfach mal ein bisschen näher drauf ein. So, das Rework der Armor kann man hier zum Beispiel schon sehen. Es ist leider nicht erklärt, welche Farbe was bedeutet. Ich gehe aber gleich näher darauf ein. Warum haben sie das Ganze gereworked? Vorher gab es geometrische Strukturen, Bugs, Ishes. Ihr könnt es nennen, wie ihr wollt, kleine Stückchen. Von der Geometrie schreiben sie hier zum Beispiel ein Haken, ein Spadge oder eine Ecke. Was Spadge ist, weiß ich nicht so genau. Oder vielleicht auch ein Lappen an der Seite von einem Jumbo, womit der Panzer dann One-Shot gewesen ist. Diese Stellen gibt es jetzt so in der Form nicht mehr. Es wird neue Hitboxen geben. Die kann man wieder mit einem Schuss penetrieren, wenn man einen stärkeren Panzer mit einem stärkeren Geschütz besitzt. Es ist aber nicht mehr möglich, einem Panzer mit derselben Stufe, auf derselben Hitbox, mit einem kleineren Kaliber, einen One-Shot zu geben. Das wird nicht mehr gehen. Da haben sie sehr viel, sehr viel gemacht. Die haben sehr viel überarbeitet beim Bereich des Bouncen. Ja, wenn die Kugel so seitlich abprallt und es dann so macht, dann die Kugel fliegt so seitlich weg. Da haben sie viel gemacht und zwar prallt eine Kugel jetzt von dem Artela viel öfters ab, auch wenn er an die Seite schießt. Vorher bist du mit dem Artela an die Seite von einem Panzer herangegangen, hast geschossen, das Ding war drin. Aber jetzt so die Kugeln prallen ab. Die Kugeln können auch einen Non-Penetrating-Shot auslösen oder eine Non-Penetrating-Explosion haben. Das heißt, du schießt in eine Seite, triffst aber nicht die richtige Hitbox und die Kugel, also die Rakete explodiert dann einfach, aber der Panzer nimmt dann halt keinen Schaden. Und die Penetration kennen wir. Du schießt den Arsch, macht Boom, platzt, Panzer kaputt. Läuft. Gehen wir ein bisschen näher darauf ein, wie die Hitboxen so aufgebaut sind. Ich kann euch aber mal so ein bisschen was erzählen, was ich so jetzt spontan weiß. Ich bin jetzt nicht der Panzer-Experte. Ich weiß, wie man sie kaputt kriegt. Ich schieße den eigentlich immer in den Arsch. Das ist so ein bisschen mein Style mit der Panzerfaust. Was anderes kann ich mit der eigentlich auch nicht. Und nach dem Update wird das auch der Way-to-Go sein, wie man so einen Panzer kaputt kriegt. Einen Panzer jetzt in einem Single-Shot zu zerstören, wird schwieriger. Aber die Tankfahrer bzw. die Schützen müssen jetzt eine extrem gute Treffergenauigkeit haben, damit sie die richtigen Hitboxen auch im richtigen Winkel treffen. Ansonsten prallt der Schuss ab oder er geht nicht rein. Ja, ähm, gut. Gehen wir ein bisschen auf die Armor von diesem schönen T-34 ein, den wir hier sehen. Wir haben hier unten einmal die Ketten. Die dürfte man penetrieren können. Die wird man jetzt auch nach dem Update mit HE-Munition penetrieren können. Das heißt, ihr könnt die Ketten nicht nur mit AP, mit Armored Piercing Rounds platt machen. Ihr könnt die Ketten auch mit HE-Munition platt machen. Ist vielleicht besonders interessant für den Lux. Der Lux verschießt, glaube ich, nämlich nur HE-Munition. Und der kann jetzt auch die Ketten von jetzt zum Beispiel in den Jumbo zerstören. Also die Ketten sind sehr, sehr anfällig für ATs, für andere Panzer, für den Lux zum Beispiel, für Light- und Minion-Tanks. Ketten sind anfälliger. Heißt aber nicht, dass der Panzer dadurch schneller kaputt geht. Die Ketten machen keinen Schaden mehr direkt auf die Hülle. Es macht den Panzer langsamer, es macht ihn immobiler, aber es macht keinen Hühlenschaden. Und im Verhältnis zu dem vorigen Update, zu Update 9, fährt der Panzer, jedenfalls war es im letzten PTE so, mit einem leichten Kettenschaden immer noch ein bisschen schneller, als das jetzt vor dem Update gewesen ist. Vor dem Update ist er 4 kmh gefahren, jetzt ist er ein bisschen flotter. Aber er ist nicht mehr so manövierbar. Das heißt, man schießt ihn dann eher in die Ketten, um ihn ein bisschen lahm zu legen. Es braucht jetzt auch eine sehr, sehr gute Tankcrew. Ja, das Sitzplatz wechseln, das dauert immer noch relativ lange. Ihr braucht 3 Mann und diese 3 Mann müssen auch gut sein. Wenn ihr kein gutes 3-Mann-Team habt, ist so ein Panzer fast komplett nutzlos. Kann ich euch direkt sagen. Es braucht 3 Mann in einem Panzer, die sich mit dem Panzer absprechen, die mit dem Panzer arbeiten. Ansonsten wird das so in der Form nicht mehr funktionieren. Aussteigen dauert auch ein Tick länger und es macht vor allen Dingen ein Geräusch, wenn ihr aussteigt. So wie wenn so eine Tür auf und zu geht. Das warnt natürlich die Infanterie, die feindliche, rund um den Panzer herum massivst. Sehr, sehr schwieriges Thema. Wir haben hier hinten die gelben Zonen. Das sind auf jeden Fall Hitboxen, was ich nicht ganz verstehen kann. Die gelben Zonen hier an der Seite vom T-34. Sind das jetzt auch Hitboxen, wo man einen One-Shot machen kann? Im Ernst jetzt? Diese seitlichen Trefferpunkte, das ist ja dann fast überall. Da kann ich auch von vorne oder von der schrägen Seite dran schießen. Der Turm ist komplett blau. Der Capola ist schwarz. Der Capola, den soll man jetzt schwieriger durchschlagen können. Genauso wie diese Teile hier vorne. Alles was schwarz ist, das wird man wahrscheinlich ein bisschen schwieriger durchschlagen können. Wobei ich glaube, dass das dann eine Blende ist. Und ich weiß nicht, ob diese Blende schwieriger oder leichter zu durchschlagen ist. Weiß ich nicht. Das Rohr kann jetzt auch einen Schuss bouncen. Vorher, wenn du das Rohr getroffen hast, hat das Rohr immer eine Hitbox gehabt. Jetzt bounce der Schuss am Rohr. Ganz interessant. Also größte Schwachstelle wahrscheinlich die Ketten. Diese lilanen Bereiche kann ich nicht genau erklären. Ich denke mal aber, das dürften auch Schwachstellen sein. Weil hier hinten ist zum Beispiel die Haube über dem Motorraum. Und eigentlich müsste das eine Schwachstelle sein. Eigentlich. Aber ich weiß es wie gesagt auch nicht genau. Rot ist auf jeden Fall, dass man es nicht penetrieren kann. Rot ist auf jeden Fall der Schuss. Der geht da definitiv nicht rein. Jetzt haben wir noch ein paar Beispiele für diese Hitbox-Überarbeitung. Und zwar haben wir hier unten einmal, wenn der Schuss abbounced, also Ricochet, prallt oben gegen den Turm und fliegt seitlich weg. Sehr interessanter Schuss. Dann haben wir anschließend noch hier den Non-Penetrating-Schuss. Das heißt, die Kugel trifft, aber sie explodiert halt nur am Panzer und es macht ihm keinen Schaden. Auch ganz interessant. Fliegt halt rein, zerspringt tausend Teile. Gut ist. Frage ist nur, ob man durch die Schrapnels sterben kann als Infratrist. Und zum Schluss haben wir den T-34 übrigens. Das ist jetzt ein anderer Panzer. Haben wir den T-34, den schießt mal in die Seite. Oder das Ding geht durch und fängt sofort an zu britzeln. Sieht ziemlich geil aus, finde ich. Vor allen Dingen, dass dann hier so Sprühfunken rauskommen und so. Ist schon sehr nice. Vielleicht kann man es auch machen, dass einer in der Crew dann tot ist oder so an der Stelle. Das wäre schon ganz cool eigentlich. Die Ressourcenkosten. Ja, wie ich eben schon ein bisschen angeteasert habe. Für Heavy-Tanks wurden die Ressourcen massivst erhöht. Am Anfang gibt es jetzt nur noch Light- und Medium-Tanks. Keine Heavy-Tanks mehr. Das soll so ein bisschen in Company of Heroes-Style aufgehen. Der Commander soll ein bisschen mehr Möglichkeiten haben, die strategischen Entscheidungen des Feldes zu beeinflussen und auch strategisch auf dem Feld wirken zu können. Und das kann er natürlich, indem man im richtigen Moment den Heavy-Tank setzt. In einem Random-Gaming muss man jetzt sagen, ob das den Einfluss des Spiels ändert. Ja, sei mal so dahingesagt. Weil ihr müsst erstmal lernen, wie man mit einem Heavy-Tank umgeht. Das ist ganz schön schwierig, mit einem Heavy-Tank umzugehen. Für andere Panzerfahrer geht es. Für Neulinge ist es nicht gerade einfach. Und wenn man dann so einen Heavy-Tank wasted, der mal 400 Treibstoff kostet, dann ist der Treibstoff auch ganz schnell weg. Dann hat euer Team bald gar nichts mehr. Also wenn man es nicht kann, sollte man es vielleicht dann auch besser weglassen. Und jetzt kommen wir zu einem besonders netten Teil, weil man hier so ein bisschen was sehen kann, wo die Entwicklung in Zukunft hingeht. Ja, sie wollen die schweren Tanks ein bisschen rarer, ein bisschen seltener machen. Das habe ich ja eben gerade schon gesagt. Und die strategische Entscheidung des Kommandanten ein bisschen dabei zu unterstützen. Nicht dieses Business as usual. Wir spammen den Gegner zu mit lauter schweren Panzern, weil wir so viele Ressourcen haben. Das wird jetzt nicht mehr laufen. Außerdem haben sie geschrieben, dass die Heavy-Tanks oftmals seltener auf dem Schlachtfeld gesehen worden sind. Deswegen hat man die jetzt ein bisschen runtergeschraubt. Und die Effektivität der Heavy-Tanks hat man ein bisschen erhöht. Zum Beispiel brauchen Light- und Medium-Tanks mehr Kugeln, um einen Heavy-Tank zu zerstören, als ein Heavy-Tank jetzt benötigt, um Light- und Medium-Tanks zu zerstören. Ein Heavy-Tank braucht in der Regel einen Schuss. Light- und Medium-Tanks brauchen zwei bis drei Schuss. War vorher eigentlich auch schon so. Da waren die Medium-Tanks auch relativ schlecht. Aber da war es doch sehr... Ja, von dem Tiger war eigentlich so gut wie alles One-Hit. Von dem Jumbo fast eigentlich auch. Gab nur ganz kleine Ausnahmen hier und da mal. Aber ansonsten, ja, mit zwei Schüssen waren die Fahrzeuge auf jeden Fall weg, wenn man die gut getroffen hat. Da die Kugeln jetzt aber auch besser abbouncen an verschiedenen Stellen, wird das jetzt wahrscheinlich nicht mehr so sein. Ja, Tiger 1, Jumbo, IS 1. Haben wir alles. Aber Tiger 1 und IS 1, kann man das eigentlich miteinander vergleichen? Nein. Deswegen hat man gesagt, unter Umständen bringen sie noch den Tiger 2, den IS 2 und den Pershing mit rein ins Spiel. Die sind dann wahrscheinlich super rare und scheiße teuer. Aber bestimmt auch super geil. Engine-Komponents. Ja, das ist auch noch ein interessanter Punkt. Auf den bin ich jetzt gar nicht näher eingegangen. Man kann jetzt auch Engine-Parts kaputt schießen. Das heißt, man kann jetzt den Motorblock zum Beispiel kaputt schießen. Der Panzer ist dann auch einsatzfähig und explodiert nicht instant. Der kann dann halt nur einfach nicht mehr fahren. Joa, man hat den Schaden ein bisschen angepasst bei den Anti-Tank-Waffen. Das habe ich ja eben gerade schon mal erwähnt. Engine-Bay Resuming ist toll. Also, wenn man die Engine penetriert in der Engine-Bay, also da, wo der Maschinenraum ist, dann ist der Panzer total immobil. Also, er kann gar nicht mehr fahren und der ist dann eigentlich ein leichtes Ziel. An Manövringen und an den Gears. Also, da haben sie gesagt, Work in Progress. Die sind sich immer noch nicht ganz klar, wo sie da eigentlich hinwollen. Jetzt ist ihnen der Panzer gerade aktuell einen Tick zu langsam. Man muss ein bisschen zu spät schalten. Den werden sie wahrscheinlich nochmal einen Tick schneller machen, den Panzer. Und einen Tick besser zum Schalten. Aber man muss definitiv eine bessere Manövrierbarkeit haben. Jetzt runterschalten. Vorher konnte man einfach mit 40 kmh hier um die Ecke fahren. Das war eigentlich überhaupt gar kein Problem. Vorher war die Manövrierbarkeit auch schon anspruchsvoll. Aber jetzt ist sie halt auch wirklich relativ schierig. An den Physics haben sie noch ein bisschen was geändert. Und zwar, ähm, stackt man weniger in Objekten. Auch die Panzer stackten jetzt weniger. Ja, ich denke mal an Quarantan, nördlicher Bereich. Da war so viel offene Fläche, wo man stacken konnte. Das war einfach nur schschsch, ab. Komplett doof. Ähm, jo. Ähm, wenn die Fahrzeuge ein gewisses Tempo haben oder die Objekte ein gewisses Tempo haben, dann bouncen sie wohl in einer anderen Art und Weise. Das finde ich sehr interessant. Das kann ich mir, ehrlich gesagt, nur schlecht vorstellen. Ähm, es ist jetzt leichter für die leichteren Fahrzeuge, die schweren Fahrzeuge zu umrunden. Das heißt, wenn man sich mal an die Szene im Fury denkt, wo der Sherman den Tiger umrundet und von hinten reinschießt, solche Situationen würde es jetzt wahrscheinlich öfters geben. Finde ich sehr, sehr geil. Sehr, sehr cool die Idee. Ja, okay. Finde ich ganz gut. Stepping on Tank Burrels as they move. Fixed Dual Visual Stepping on Tank Burrels. Was das bedeutet, weiß nicht. Also irgendwas an den Tank Burrels haben sie geändert. Ja. An den Trucks. Auf die Sound Effects gehe ich jetzt nicht näher ein. Müsste ich jetzt mit dem Mund nachmachen. Bringt euch gar nichts. Ähm. Continue Improvements. Was haben wir da noch? Ähm. Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Mirror Match-Ups will result in Two Shots, also wenn sich zwei Panzer direkt gegenüberstehen, brauchen beide in der Regel Two Shots, Shooting a Higher Class Tank Requires, zwei bis drei Shots, also wenn ein höherer Panzer abschießen will, mit einem höheren Tier braucht das in der Regel zwei bis drei Shots und wenn man ein Panzer mit einem niedrigeren Tier abschießen will, braucht das ein bis zwei Shots. Gut, dann haben sie die Handhalter AT-Damage, also sie haben die AT und die Rockets ein bisschen vom Schaden runter gemacht. Ja. Gun-HP, also die Waffen-Lebensanzeige, äh, brauche ich jetzt, also die, 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 die Waffe brauche ich jetzt zwei Schüsse, damit sie kaputt ist, statt nur vorher einer. Ähm, dann hat man increased, also erhöht, die Frontpanzerung der Panzer for the most tanks, also was die most tanks sind, weiß ich nicht, aber für die meisten Panzer, for the most tanks, für die meisten Panzer, welche das genau sind, weiß ich nicht, ähm, hat man die Frontpanzerung erhöht, äh, äh, present shots of flanked angels, äh, auch an den Seiten, ja, dann hat man die Hülle, die Hülle allgemein bei den meisten Panzern erhöht und die halten jetzt mehr Schüsse mit der AT-Gun aus. Und es macht, ähm, es ist seltener, dass man so ein Panzer mal durchbricht. Und sie haben den Turret-Capola, die Armour davon ein bisschen erhöht, ähm, dass man da nicht einfach One-Hit den, äh, Panzer die ganze Zeit wegballert. Ja, ähm, Tank-Barrels, also die, äh, die Kanonen und Panzer können jetzt, äh, Kugeln reflektieren, beziehungsweise abprallen lassen, genauso wie die Capola, ähm, der Turret-Capola, wenn er Schaden kriegt, macht er jetzt den Schaden am Turm nicht an der Hülle und die Ketten können auch Schaden von HE-Shields bekommen. Das ist ja interessant zu wissen. Ähm, die Tracks, äh, die Ketten der Panzer können nicht mehr länger genutzt werden, um damit irgendwie die Hülle zu umgehen, das heißt, wenn man jetzt eine Kette trifft, dann ist auch nur der Schaden auf der Kette und nicht auf der Hülle. Gar nichts davon ist auf der Hülle. Ähm, die Ketten können keine Schüsse abprallen lassen, äh, ja, und es gibt jetzt keine, keine speziellen Ecken mehr, wo man dem Panzer irgendwie so, äh, Schaden zufügen kann. Und dann haben wir hier noch, äh, eine Menge anderer Improvements, wenn ihr euch das genauer ansehen wollt, ähm, müsst ihr das Video hier und da mal ein bisschen anhalten. Ich scrolle das jetzt hier einfach nur mal ganz langsam durch und, ähm, guck mal, ob mir irgendwas Interessantes dazu auffällt. Ich denke mal, das meiste dürfte ich eigentlich erklärt haben, äh, Increased Duration for Switched Seed-In Tanks. Increased Duration, also erhöht. Also es dauert jetzt noch mal. Increased Duration for Entiring and Exciting. Also, Increased Duration. Also die Dauer wurde erhöht. Äh, ja, die Dauer wird erhöht, wie man, äh, also, um in den Panzer einzusteigen und auszusteigen und die Sitze zu wechseln. Das hatte ich ja eben schon mal erwähnt. Das verstehe ich nicht so ganz. Introducing Smart Materials to the Interieur and Exterior of new and some existing vehicles. Smart Materials, okay, ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Aber die haben irgendwas am Interieur und am Exterieur geändert. Das heißt, irgendwie so ein paar hübsche Sachen noch mit dazu gemacht. Wie so ein Panzer von innen aussieht, habe ich mir gestern auch nicht genau angeguckt. Ist ein bisschen schade. Ah, okay. Travel at wired offset when firing an uneven terrain. Aha, also, dass die Kugeln, ähm, nicht so komisch liegen, wenn es ein unebener Terrain ist. Weil ja, haben die Panzer immer gewackelt, da sind die Kugeln sonst immer irgendwo hingeflogen. Und ja, jetzt gehen wir noch mal ein bisschen auf den IS ein. Der IS-1 kommt mit dem nächsten Update rein, mit der 85mm Kanone. Haben wir ein hübsches Bild von... Ich habe den IS-1 schon fahren können. Spielt sich eigentlich ganz geil, macht schon Spaß. Ist halt ein IS-1. Und das BA-10. Das ist nicht das UFO-Fahrzeug, was ich gesehen habe. Ich habe noch mal ein anderes UFO-Fahrzeug gesehen. Das sah einfach mega lustig aus. Ich weiß nicht genau, was das gewesen ist. Aber das BA-10 hier war es auf jeden Fall nicht. Aber das hier sieht eigentlich auch ganz geil aus. Wenn ich mal so bedenke, dass das so Puma-Greyhound-mäßig sein könnte, ja, finde ich schon ganz nice. Und wie wir sehen, hat das auf jeden Fall auch ein MG mit drin. Ich hoffe, das ist auch spielbar. So, und das war es eigentlich mit diesem Development Letter. Das war diesmal sehr ausführlich. Sehr ausführlich vor allen Dingen zum Thema Panzer. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und haut rein. Bis dann. Tschüss.